So, servus Leute, hi und willkommen zu einer etwas anderen Art von Video, aber wollte ich mal machen, weil jetzt gibt es eben Armored Core 6, den neuen Trailer. Und ja, ich erwarte eigentlich nicht so viel vom Game, aber es ist immerhin von FromSoft, also wollte ich dem ganzen eine Chance geben und ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer an und schauen mal, was das ist, Leute. Also, auf geht's, mal sehen. Science Fiction schon mal. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Kleine Anspielung auf Dark Souls oder was? Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Das sieht cool aus, finde ich. The last sind das, also die Anspielung auf Dark Souls ist da. Augmented Human, C-4621, has awakened. Alter. Alter. Das sieht schon saukrass aus, oder? What the shit? Boah, ist ja echt geil, was man da machen kann. Oder schau dir mal das Movement an. Alter, was geht? Ja, Alter. Ja, Alter. Shit. Oh, die zeigen uns hier schon ein paar Boss-Fights. Das sieht verdammt gut aus. Leco Mio. Die Story-Checke ich halt null, ne? Das ist auf jeden Fall ein Boss, oder? Oh, das ist ja. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Water. The claw was from the generator. Watch out! Why hide behind another's call sign? Oh, oh, oh! 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 Oh! Oh, oh! See how far they can fly. On borrowed wings. Hahaha. Auch eine kleine Anspielung, oder? 25. August 23. Also vielleicht muss man sich das wirklich vormerken. Das ist ja unglaublich. Das sieht so gut aus. Oh, oh, oh! Das ist ja zumindest möglich. The following combination of the Of comingous